Hallo YouTube! Herzlich Willkommen zum weiteren Part von Dragon Age Inquisition. Warum sind die Idioten wieder da? Ich wollte gerade so schon anfangen. Ja, im letzten Part haben wir unseren ersten Drachen erlegt. Dann kommen die. Gut. Ja, du sollst auch eintrinken. Okay. Na hör doch mal auf! Ist keiner da! Ja. So, Inventar. Wir müssen ein paar Sachen zerstören. Amulett der Klugheit. Äh, ja. Ja. Okay. Wo bist du? Öffensschlangenmitar. Ja, ich muss... Es tut mir leid. Wir haben nämlich keinen Platz. Okay. Ähm, um den Drachen und den Kucka gehen mit zu nehmen. Der Kucka kriegsamer. Okay. Ich möchte den Drachen hier plündern, wenn wir ihn schon getötet haben. Große. Ach und morgernmitarren. ... Ja. Das hat es dich doch mal gelohnt, daran zu töten. Wo ist der nächste Drachen? Nein, wir sind für die anderen, glaube ich, noch zu schwach. Aber schön, es hat sich gelohnt. Da ist noch was. Hier ist ihnen etwas, was wir anstufen können. Jo, Drachenjungennest. Das Netz mit dem Drachenjungennest ist mit geschwärzten Steinknochen und einigen extrem verkonten Hacken gekennzeichnet. Die Augen scheinlich als befehlsmäßige, nicht sonderlich wirksame Waffe genutzt wurden. Und somit haben wir einen Inquisitionsbonus, den wir später wieder ausgeben können. So, dann gehen wir mal runter. Unten waren ja auch ein paar tote Drachen und so. Die sind ja schlimmer als irgendwelche Mücken hier. Da ist noch was zu plündern. Obsidian. Ja, warum rennst du durchs Feuer? Pstorian. Äh, nicht Dorian. Blackwall. Drachenjungennest. Da gibt es bestimmt auch eine coole Rüstung davon. Es gibt einmal Drachenjungenschuppen, sowieso Medaillon und so. Aber ich weiß natürlich nicht, was das heißt. Wir gehen mal ein bisschen hier uns auf Erkundungstour. Ja, von mir aus nimm ich auch noch mal mit. Und dann machen wir mein Inventar. Ja, die haben alle Stufenaufstieg, das müssen wir auch noch machen. Nein! Falscher Knopf. Inventar. Stab des Großverzauberers. Kälteschein. Das ist was für Solis. Solis ist unser Schneemann. Bogen des Lohnenrisikos. Geschicklichkeit, kritische Trefferchance. Jaaaa. Pfff. Ich schau besser als uns. Okay. Ähm. Ich weiß nicht. Das ist ja gut. Weg. Weg. Die sind eigentlich auch nicht mehr. Weg. Tidarians Klinge. Oschwettes. Abagrikshelm. Auch nicht. Verdorischbauen. Auch nicht. Was nichts Klopfer. Weg. 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 Okay. Ausfall durch. Ja, komm, Mick. Rüstung. Kann ich den Siegel da rausnehmen? Aber da habe ich Heilungsbonus drauf, deswegen lassen wir das. Ich mag ja die Rüstung. Oh, egal. So. Verzauberpanzerung. Accessoires, haben wir da irgendwas? Erhöhte durch erfolgreiche Angriffe gewonnen Fokus um den angegebenen Wert. Malikas Schutzgutel eine. Verwendbar. Nur Kohl. Ring des verpesteten Blitzfeustes. Das ist was für Dings da. Vivienne. Nur Krieger. Und der verweste Interkette. Aber. Aber. Irgendes verbesserten Willen Stieres. Aber. Aber. Irgendes verbesserten Willen Stieres. Interkette. Interkette. Was hat er denn vom Gürtel an? So. So. Kriegt er das? Okay. Oh Gott. Dass ich da nicht Feuer gefangen habe. Lesen. Hastig gekriegt die Notizerin ein Fall. Haltet euch fern. Hier gibt es zu viele Bestien. Geht nach Hause zu euren Familien. Und bleibt am Leben. Kassandra. Ah. Und da unten gibt es einiges. Ah. Ich habe es zu spät gesehen. Ich habe es zu spät gesehen. Ich habe es zu spät gesehen. Dass die Brücke repariert werden muss. Ja, Dorian. Komm her. Vielen Dank. Ich vermute mal, sie waren nicht nur hier draußen, um die hübschen Vögel zu beobachten. Eine Bedarfsliste, auf der neben großen Mengen Bauholz auch Seile, Flaschenzüge, Teer, Nägel, sowie wasserabweisende Öle aufgefüllt sind. Es scheint eine Liste von Materialien zu sein, die für den Bau eines Kreis benötigt werden. Was haben wir hier schönes? Gold, Malachit, Granit. Oh, sehr schön. Okay. Ähm. Geht es dann irgendwo weiter? Ah, ich glaube nicht. Wir sind hier, glaube ich, durch. Wir sind hier, glaube ich, durch. Ja, es sieht gut aus. Ich mache noch ein bisschen Ping-Ping, vielleicht haben wir ja was vergessen. Die Spindelkraut. Ach komm, ne. Oh, das nehme ich gerne noch mit. So, würde ich sagen, mach mit. Jetzt machen wir doch gleich eine kurze Schnellreise. Lady Shinas Tal. Ach, wir sind noch gar nicht draußen. Das ist schön. Nein. Ich weiß nicht, ob es hier später nochmal eine Quest gibt. Keine Ahnung. Waren wir da unten, wo waren wir denn? Ah, ich schmeiße so Dinger. Waren wir da jetzt nicht? Ich bin verwirrt. Ja, hier wartet der Abgrund. Stimmt schon. Ach, Effengutze ist mir jetzt egal. Na gut, ich denke... Das Bokularum können wir uns so holen. Ich schmeiße immer Dinger von mir. Schokoladen. Schokoladen. Die meisten Wächter sind alles andere als rechtschaffend. Das stimmt. Aber dennoch stellt ihr euch in den Dienst eines Ordens, der sterben würde, um andere zu beschützen. Es ist nie zu spät, etwas besser zu machen und mehr zu werden, als man ist. Genau das hoffe ich. Sehr schön, dass ihr euch beide vertragt. Ein Paar. So, wir holen uns das Ding da hinten. Dann heißt es wieder Scherben sammeln. So viele tote Drachen, das waren wir doch nicht, oder? Ich meine ja nur. So. Ah. Tach, Jön. Tach, Jön. So, mal die unteren Scherben. Vier Stück an der Zahl. Zwei. Drei. Vier. Schön. Es ist irgendwo hier. Nein. Ich häng' fest. Spiel. Okay. Okay. Dann, schau. Die nächste wird da. In die Richtung. Was haben diese Leute hier gemacht? Weiß nicht. Ich weiß es doch nicht. Das ist dein Ende. Ja, und er war noch nicht tot und hier steht er wie angewurzelt. 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 Sehr schön. Ach, wenn du schon da bist. So, nächst hier und hier gehen wir das da hin. Wieso Quest abgeschlossen hab ich gemacht? So, wie soll ich da hinkommen? So, halt dass sind dieメislelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele So, Ich wollte das Eis nicht. Ich wollte gucken, wie ich da hinkomme. Vielleicht von der anderen Seite da hinten. Oh ja, schaut gut aus. Äh, nö, schaut nicht gut aus. Irgendwann, Spaß, wir kommen dahin. Ist das irgendwie ein Höhleneingang oder so? Wie komme ich denn an die dranne? Oder war ich schon richtig? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Wie kommt man denn an die dranne? Keine Ahnung. Alter, geht sogar an den Berg. Ja. Sorry. Hmm. lasst mich doch mal in ruhe gucken und mann wegen einer scherbe jetzt hier irgendwo hoch kommt was glaube ich nicht so riesen umweg für eine scherbe sprach sie und kletterte da komme ich nicht hoch ich wollte sagen kommt schon wieder ein drache na komm das ist nervig wo bin ich was tue ich hier gehen wir nochmal bei der Brücke du kannst auch nichts machen ne man kommt da nicht hin ich habe keine Ahnung wie sprach sie und fand mir leid die aber von der anderen Seite wie komme ich da jetzt auf die andere Seite oder wird das erste freigeschaltet ich gebe ja nicht so leicht auf ja ok mach die schon wieder ich habe ich habe die wo ich weiß was ich 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 Also keine Ahnung. Manchmal sieht es so aus, aber okay, du kommst da hoch und dann denkst du da rum, oh, geht ja doch nicht. Egal. Es soll nicht so sein. Eben, die... ist da die Scherbe. Ähm, ich hab nix gesagt. Ich dachte, wir können jetzt auch... Ja, gut. Ihr habt im letzten Dorf ein Auge auf eine junge Frau geworfen, Blackwall. Ich bin sicher, ihr irrt euch. Natürlich. Sie hat eindeutig mich angelächelt. Was ist wirklich doof? Ich möchte den blöden Weg... Geht doch nicht ins Feuer. Man kann auch nicht darüber springen. Nee. Ey, ihr seid auch manchmal... Weiß ich nicht. Wir stehen da rum und doof. Ich muss alles machen. Okay, kommt. Kommen wieder neue Drachen. Okay. Bestimmt ein Wasserfall. Puh, okay. Ach ja. Blindheit wird bestrahlt. Okay, ihr Lieben. Wir haben's. Wir können gehen. Scheiben ihnen hintereinander abgeschlossen. Könntliche Elfenwurzel nehmen wir mal mit. Okay. Dann können wir unsere Tränke auffrischen. Ach, heißen, bleib heißen. Die ist sehr selten. Können wir dann bei uns im Garten... Ähm... Okay. Ja, wir ziehen noch ein bisschen... Sowieso... Es gibt nichts zu berichten, Sir. Sehr gut. Ähm... Muss ich Dory mitnehmen. Weil es ja sozusagen seine Quest ist. Er will ja dabei sein. Dann... Machen wir die Quest. Aber machen wir schnell Reise. Kann ich wenigstens ein Stück Kaffee trinken. Ah, lecker, lecker. Genau. Wenn das der Mann nicht so lange lädt. Aber ihr Lieben, das machen wir dann erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentart, Tipps und Tricks. Wie immer würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios. Bis dann. Bis dann.